Jeden Tag geht Max zur Schule, mal hat er Lust, mal eher nicht. Der Lehrer fragt ihn tausend Dinge und schaut ihm mit Zirn ins Gesicht. Er starrt durch seine große Brille und will von ihm das einmal acht. Wie gut, dass Max zu Hause geübt hat, denn Mathe ist dein Lieblingsfach. Einmal acht ist acht, Herr Schmidt, und zweimal acht ist 16. Dreimal acht ist 24, sehen Sie, ich kann rechnen. Viermal acht ist 32, fünfmal acht ist 40. Sechsmal acht ist 48, Mathe ist so wichtig. Siebenmal acht ist 56, gleich sind wir am Ende. Achtmal acht ist 64, klatsch mal in die Hände. Neunmal acht ist 72, zehnmal acht ist 80. Wenn du es beim ersten Mal nicht kann, dann bleib ich dir. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht nichts. Jeden Tag geht Max zur Schule, mal hat er Lust, mal eher nicht. Der Lehrer fragt ihn tausend Dinge und schaut ihm mitten ins Gesicht. Er starrt durch seine große Brille und will von ihm das einmal acht. Wie gut, dass Max zu Hause geübt hat, denn Mathe ist dein Lieblingsfach. Acht, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Das macht nichts. Untertitelung des ZDF, 2020